Deutlich nach unten ging es für die Indizes ja in den letzten vielen Stunden, wenn man sich das mal so anguckt, deutlich abwärts gerichtet. Wir wollen uns in diesem Video nur um das kurzfristige Bild kümmern. Das längerfristige habe ich eben gerade noch in einem Video da schon für euch vorbereitet. Ihr habt es auf Finanzmarktwelt.de oder bei mir im YouTube-Kanal wahrscheinlich schon gesehen. Deshalb erzähle ich das nicht nochmal, sondern wir fokussieren uns jetzt tatsächlich auf das, was sich in den letzten Minuten oder wenigen Stunden ergeben hat für das, was heute Nachmittag vielleicht nochmal relevant ist. Beim DAX sehen wir ganz klar, aktuell ist das ein zumindest mal Halten der Richtung. Also die Abwärtsseite ist zumindest mal erstmal aufgehalten. Aber wir sehen schon, dass das, was wir hier auf dem Weg nach oben, und es ist eine Aufwärtsbewegung. Warum? Weil hier ist der tiefste Punkt. Aktuell steht er hier. Man mag es nicht für möglich halten, ist aber aufwärts. Und diese Aufwärtsbewegung ist schwach. Sie sieht klar korrektiv aus, ABC, manch einer malt dann auch noch einen Trendkanal irgendwie hin. Das heißt, beste Voraussetzung eigentlich dafür, dass der Kurs nochmal in die Abwärtsrichtung eben geht. Vielleicht eine Idee, vielleicht ein Hinweis dazu. Eine erste, eine zweite, eine dritte, eine vierte und dann vielleicht nochmal eine fünfte hintendran. Also mich würde es nicht wundern, wenn wir zumindest das nochmal sehen. Dann werden wir weiter gucken, ob es dann noch vielleicht eine Korrektur erstmal gibt und anschließend nochmal runter. Aber wie gesagt, das habe ich im anderen Video erklärt. Das schaut euch dafür bitte an. Wir gucken mal den kurzfristigen Chart beim Dow Jones an, gehen ruhig mal im 5-Minuten-Chart rein und gucken mal, wie es hier aussieht. Da sehen wir, dass ebenfalls das so ein bisschen nach dem Halten der Situation aussieht. Also der Abwärtsdruck ist erstmal weg. Das ist schon mal die gute Nachricht. Haben wir denn schon irgendwas Aufwärtsgerichtetes? Und wenn ich ehrlich bin, nein. Im Moment sieht das eher noch abwärts aus. Aber, und das ist die gute Nachricht, das ist ja ebenfalls mit dieser Bewegung überschneidend wieder. Und wir wissen, überschneidend ist entweder korrektiv und damit die Gegenbewegung. Ja, das macht nicht viel Sinn. Wir sind im Trend unterwegs. Und im Trend ist das allerdings ein Zeichen für so ungefähr die letzte Bewegung. Das ist leider nicht immer so. So, da kann man sich nicht zwingend drauf verlassen. Aber es ist eine klare Indikation, vielleicht ist jetzt abwärts mal so langsam, aber sicher auf dem letzten Schluck unterwegs. Und die Chance für den Dreh ganz gut. Jetzt schon deshalb long zu gehen? Nein, da bin ich zu feige, will ich fast sagen, oder zu vorsichtig dazu, je nachdem, wie man es sieht. Gehen wir mal auf einen Minuten-Chart. Ich bräuchte etwas, was in etwa so aussieht und dann wackele ich runter. Wer jetzt sagt, ja, aber das sieht ja nicht so aus, ganz richtig. Also aktuell nicht long hier übrigens, hatten wir sowas. Steil hoch und ganz klar wackelig runter und eben die Fortsetzung hier nochmal nach oben. Also ihr seht, das gibt es auch im Minuten-Chart, dieses Verhaltensmuster. Vergleich diese Abwärtsseite mit der Aufwärtsseite, dann wisst ihr zumindest mal, was die stärkere Richtung ist. Und hat man zumindest mal eine Idee, okay, da jetzt vorläufig erst nochmal nicht short, solange sich diese Richtung nicht ändert. Jetzt muss man sagen, das ist allerdings ganz klar korrektiv nach oben, weshalb ich wahrscheinlich vorläufig, jetzt im Minuten-Chart werdet ihr das Video wahrscheinlich zu spät gucken, dass wir das hier jetzt direkt auswerten können, aber vorläufig nochmal mit der Abwärtsseite rechnen müssen. Insgesamt allerdings diese Bewegung nach unten hin, langsam austrocknend, lassen wir es mal so stehen. Das könnte beim S&P 500 ziemlich ähnlich sein. Auch hier haben wir so ein bisschen das Gewurschte, dass der Markt seine Abwärtsgeschwindigkeit deutlich reduziert hat. Das ist so ein Klassiker für, na, vielleicht trocknet er jetzt aus, was die Bewegung angeht. Aber noch in diesem Moment, 15-Minuten-Chart, geben wir mal 5 Minuten, auch hier noch nicht irgendwelche Avancen für die Long-Seite. Wir hatten hier, das ist vielleicht ganz gut, die Übung nochmal, ich mache es mal groß, Entschuldigung, ich habe es eben nicht gemacht, aber ich glaube, die Nachricht kam rüber. Hier hatte man vielleicht so den Eindruck, Mensch, das ist doch steil hoch. Richtig, wenn er wackelig runtergekommen wäre und getriggert hätte, hätte ich auch gekauft. Aber hat er ja nicht, nicht mal ansatzweise. Das hier war vielleicht ein Trigger, der Kurs ist aber nach unten rausgegangen, unter die 78er oder sogar unter dieses Tief. Also insofern hat sich selbst so eine Long-Überlegung, die man ja haben kann, ja, im Sinne von, naja, es geht halt steil hoch, es geht wackelig und triggert irgendwie, da kann ich mal Long gehen, hier gar nicht ergeben. Hier ist vielleicht so ein Kankend, hier zeigen wir mal, das ist ein bisschen schlecht hier zu erkennen, aber bleiben wir mal so, es war eigentlich so ein bisschen dreiwellig, aber unterstellen wir mal so eine Bewegung, dann wäre man doch hier eventuell schon Long gegangen. Richtig, ich will euch mit diesem Ansatz nicht zeigen, dass ihr damit nur noch richtig liegt. Das wäre schön. Einer, der einem die Lottozahlen jeden Samstagmittag oder Freitag vorsagt, damit man abends dann immer den Jackpot knackt, das wäre zu schön. Nein, die Idee ist ja, dass wir diese Geschichte da hinten raus nochmal bekommen. Das heißt, dass wir im Idealfall mehr auf der Gewinnseite haben, als wir auf der Verlustseite nochmal riskieren. Das ist hier so ein bisschen grenzwertig, insofern vielleicht ein Can-Trade und abgesehen davon, dass hier vorne so ein bisschen dreiwellig, also nicht ganz optimal, aber ich möchte euch damit zeigen, dass ihr nicht den Eindruck habt, ah, das ist super, damit kann ich nur noch Gewinne machen. Nein, mitnichten, ihr werdet damit auch Verluste machen, aber im Verhältnis zu den Gewinn-Trades eben viel kleinere und das ist das, was ja eigentlich das Relevante nachher sein soll. Die Austrocknung, sagen wir mal, des bärischen Moments, also der Abwärtsrichtung, sieht man hier auch, also das Ganze ziemlich ähnlich. Gucken wir zum Schluss nochmal auf den Nasdaq. Wie gesagt, das übergeordnete Bild will ich jetzt hier gar nicht ansprechen, was sich daraus ablesen lässt, aber wenn man mal hier jetzt ganz extrem auf Minutenbasis guckt, schaut euch mal hier diese Bewegung an und dann schaut mal, wie stark die Überschneidungen sind hier und wie stark dagegen wieder die Abwärtsrichtung hier ist. Also ihr könnt das schon ungefähr erahnen, wenn der Kurs jetzt auch noch sowas wie eine A, B, C hier macht, dann haben wir durchaus einen Fünfweller runter und dann die Fortsetzung vorläufig zumindest nochmal nach unten. Aber nichtsdestotrotz, die nächste Unterstützung naht ja. Also es besteht die Chance, es besteht die Hoffnung, dass das jetzt nicht ewig weitergeht, was man da erwarten kann. Wie gesagt, das ist dann im anderen Video erklärt, das ihr vielleicht ja schon gesehen habt oder euch dann noch später vielleicht nochmal mit anschaut. So, soweit die Indizes aktuell, die Abwärtsseite so ein bisschen im Austrocknen, zumindest mal was den breiten Markt angeht. Nasdaq würde ich am ehesten noch sagen für die Short-Seite. Allerdings, auch hier gilt natürlich, wir sind weit gelaufen. Also wenn wir Fortsetzungen nochmal nach unten bekommen, sind die Ziele wahrscheinlich einigermaßen eng. Also jetzt nicht ewig weit nach oben projizierbar. Trotz alledem, das, was wir bisher hier in der Aufwärtsrichtung im Fünf-Minuten-Chart bekommen haben, ist alles andere als verlockend im Sinne von, oh, die wollen es aber wissen, die kaufen jetzt um jeden Preis. Ich glaube, das sieht man hier relativ deutlich. So, mehr kann ich in diesem Moment eigentlich gar nicht sagen. Wer Spaß daran hat, schaut sich das andere Video, wie gesagt, an für das übergeordnete Bild. Ansonsten, egal ob ihr kürzerfristig oder längerfristig unterwegs sein wollt, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr das für euch richtiger macht und das nutzen könnt, was euch dienlich ist. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.